Welcome back, Ladies and Gents! Mein Name ist Daniel Porto und in dem heutigen Video spreche ich über Fitnessstudio No-Gos. Einige von euch haben sich das Welcome Back wieder gewünscht, also Grüße gehen raus an die Community, da baue ich das doch gerne mal hier und da wieder ein. Leute, nach Corona haben jetzt endlich die Fitnessstudios endlich wieder geöffnet und ich könnte teilweise echt im Strahl kotzen, weil ich mir denke so, hey, einige Leute beherrschen einige Regeln einfach nicht, die man einfach einhalten sollte, wenn man ins Fitnessstudio geht. Also ich bin jetzt kein Fitnessguru oder so, aber auch wenn man unregelmäßig oder regelmäßig geht, ist es völlig, vollkommen egal. Es gibt einige Regeln, die sollte man definitiv im Fitnessstudio beachten. Wenn du dein Handtuch vergessen hast zum Unterlegen unter den Geräten, dann solltest du einfach wieder nach Hause fahren und dir ein Handtuch holen. Denn es ist wirklich absolut ekelhaft, wenn Leute da trainieren wie die Sau und am Schwitzen sind und am Saften sind und der Schweiß runter tropft auf die Geräte und da kein Handtuch drunter liegt. Das ist echt nicht geil. Also immer schön ein Handtuch unter die Geräte drunter legen und erst dann anfangen zu trainieren. Es ist a, wesentlich hygienischer und b, auch respektvoller gegenüber den anderen Leuten, die im Fitnessstudio trainieren. No-Go Nummer 2 ist, wenn man die Gewichte nicht zurückbringt. Leute, das ist so eine ungeschriebene Regel oder vielleicht auch so eine geschriebene Regel, ich weiß es nicht. Also in deinem Fitnessstudio schenkt auf jeden Fall überall ein Schild, wo drauf steht, bitte Hand hin zurückbringen. Wenn ihr eure Gewichte benutzt habt nach dem Trainieren, dann legt die einfach da wieder hin, wo sie hingehören. Da gibt es nämlich so ganz spezielle Kandidaten, die sind wirklich so richtig krass am Stöhnen, wenn sie am Pumpen sind. Dann schmeißen sie ihre Handtuch nach dem Training so krass auf die Erde, dass das ganze Fitnessstudio sich nach denen umdreht. Und dann lassen sie auch noch ihre Handtuch da liegen. Und du denkst dir so, Digga, was soll das denn? Falls dir das auch mal passiert, dann kann ich dir einen Tipp geben, geh einfach hin, hab die Courage, hab den Mut und geh einfach hin und sag zu ihm einfach, Hey, sorry Mann, du hast hier gerade trainiert, so das ein bisschen respektlos den anderen Leuten gegenüber, dann leg bitte auch deine Hand hin bitte wieder zurück. Es ist nämlich a, super uncool den anderen Fitnessstudio-Gästen gegenüber, wenn man halt seine Gewichte einfach überall rumliegen lässt, weil die müssen sich dann halt die Gewichte halt irgendwie wieder zusammensuchen und die sind dann im ganzen Fitnessstudio verteilt und das ist gar nicht cool. Und b, natürlich auch den Mitarbeitern gegenüber, die zum Beispiel am Ende des Abends oder am Ende des Tages einfach die Gewichte wieder aufsammeln müssen und an eine Ordnungsstelle wieder zurücklegen müssen. Also, wenn du trainiert hast, dann bringen deine Gewichte einfach wieder an eine Ordnungsstelle zurück. Bei manchen Leuten habe ich irgendwie das Gefühl, die denken, ein Fitnessstudio ist wie Mallorca. Ja, man kann sich einfach da schön das Handtuch drauflegen und seinen Platz reservieren und dann einfach mal abwarten. Leute, funktioniert nicht. Also, absolutes No-Go, irgendwie einen Platz oder ein Gerät reservieren, einfach sein Handtuch drauflegen und dort nicht sein. Also, wenn du trainierst, legst du dein Handtuch drunter, dann trainierst du und wenn du nicht mehr trainierst, dann legst du dein Handtuch wieder weg und machst den Platz frei für andere Gäste. Ganz einfach. No-Go Nummer 4, am Handy rumhängen und alles andere machen außer trainieren. Ich weiß nicht, ob ihr diese Leute kennt, aber da gibt es echt so ein paar Kandidaten im Fitnessstudio. Da habe ich das Gefühl, die gehen einfach nur Alibi-mäßig hin, um sagen zu können, hey, ich war im Fitnessstudio. Denn die hängen dann einfach auf den Geräten rum, in Anführungsstrichen, sind am Handy, am Spielen, am WhatsApp-Nachrichten schreiben oder was auch immer die da machen. Aber die machen alles andere, aber nicht trainieren. Die sind irgendwie nur mit dem Handy beschäftigt und das geht wirklich absolut gar nicht. Also, wenn du ins Fitnessstudio gehst, dann richtig schön pumpen, durchziehen, fokussiert dein Programm durchziehen. Klar, mach dir gerne Musik drauf, aber spiel nicht am Handy rum und beleg die Plätze, weil das ist auch echt uncool den anderen Leuten gegenüber. Leute, ich war heute Morgen im Fitnessstudio und da läuft mir ein Typ heute den Weg und ich denke mir so, warum zur Hölle hat der das Trikot vom FC Bayern von Jürgen Klinsmann von 1900 Tobak an? Verstehe ich nicht. Also Leute, wenn ihr ins Fitnessstudio geht, dann würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall Fitnesskleidung zu tragen. Mittlerweile ist Fitnesskleidung auch überhaupt nicht mehr teuer. Man muss ja auch nicht unbedingt Markenklamotten tragen, aber es gibt wirklich relativ günstige Fitnessklamotten. Und das würde ich dir auch empfehlen, Fitnessklamotten zum Fitness anzuziehen und keine alten Fußballtrikots, die du irgendwo noch hinten im Schrank liegen hast. Versuch an dieser Stelle mal die Perspektive zu wechseln. Ja, vielleicht läuft da die absolute Traumfrau gerade im Fitnessstudio dir über den Weg und die sieht dich dann in so einem alten Fußballtrikot von 1998 und da denkt die sich natürlich auch so, hä, eigentlich ein cooler Typ, aber warum hat der so ein Trikot an? Wenn du ins Fitnessstudio gehst, möchtest du ja auch nicht irgendwie Mädels sehen, die uralte Schlabberklamotten anhaben. Du möchtest ja auch lieber Mädels sehen, die so richtig geile, sexy, enge Leggings anhaben und die einfach auch gut aussehen in ihrer Fitnesskleidung. Ja, und so ist es bei den Frauen natürlich auch. Also vermassel dir nicht die Chance, deine Traumfrau im Fitnessstudio kennenzulernen, indem du irgendwie alte Fußballtrikots trägst. Und Leute, bitte nicht vergessen, nach Corona sind wir natürlich dafür auch ein bisschen mehr sensibilisiert. Bitte desinfiziert die Geräte, nachdem ihr sie benutzt habt, sofern das vorgesehen ist. Also Leute, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Trainieren im Fitnessstudio. Gebt richtig schön Vollgas und bitte nicht vergessen, was der Cord euch hier erzählt hat. Immer schön im Hinterkopf behalten und respektvoll mit allen anderen Menschen umgehen. Also, gebt Gas, haut rein, viel Spaß beim Puppen.